Nein, das stimmt absolut gar nicht. Die Auszubildenden sind im Betrieb, um zu lernen. Und das ist auch gesetzlich so fest geregelt. Nein, das stimmt so gar nicht. Wir dürfen in einer Vollzeitausbildung nur 8 Stunden pro Tag oder 40 Stunden pro Woche arbeiten. Sonst bekommen wir nämlich Probleme mit dem Stand. Nein, das stimmt so gar nicht. Wir müssen an bestimmten Tagen in der Woche zur Berufsschule, um Theorie zu lernen.